Bevor ihr euch fragt, warum jetzt die Qualität dieses Videos so schlecht ist, ich habe es eigentlich in 720p aufgenommen, aber in 1080p gerendert. Nehmen wir es nicht übel, es sind auch nur 30 FPS, ich hoffe, das geht so klar und viel Spaß mit der Folge. Moin moin Freunde, jetzt kommen wir hier zurück zu Simotic, ne? Also, ich guck gerade mal, wo kann ich mein Facecam eigentlich besser platzieren? Und zwar, ups, das Spiel wollte ich jetzt nicht verschieben. Die Facecam packen wir einfach mal dahin. Ich bin ungewohnt jetzt für mich dann immer rüber zu gucken. Oh Gott, wie läuft man denn? Achso, ja. Das Spiel ist immer noch verdammt laut, obwohl ich es gerade leiser gestellt habe. Jetzt mal so und das machen wir mal so. Weiter. So. Machen wir hier einfach mal hoch. So, äh, das ist einmal eine spontane Aufnahme, äh, weil die Folge muss heute online kommen, ist es Montag. Ja. Ist natürlich, äh, jetzt kann ich noch nicht abbauen, äh, nicht ganz so vorteilhaft. Kann man sich wahrscheinlich denken. Warte mal, kann ich? Okay. Das ging schon mal nicht. Eigentlich will ich ja hier so viele Ärzte mitnehmen, wie es geht. Wie tief sind wir eigentlich? 152 Meter. Ähm. Das ist wieder so ein fettes Viech. Ich mag das nicht. Ich mag diese fetten Viecher nicht. So, gehen wir erstmal hier rein. Äh, oh Gott. Vielleicht können wir noch nicht abbauen. Ah. Da können wir auch nur von unten ran. Ach ja, stimmt. Hier war ja was. Fett und vergessen. Aber, diesmal müssten wir es schaffen, ohne die ganzen Sequenzen dazu überspringen. Also, äh, ich nehme jetzt gerade nur eine Folge auf. Oh. Auch gut. Äh, so, äh, so. Ich nehme nur eine Folge auf, weil ich, äh, jetzt gleich, äh, was unternehmen muss. Und, ich habe das schon wieder verlernt, komplett zu sprechen und zu Let's Playen. Also, äh, hä? Ne. Ähm. Ich muss was unternehmen gleich. Also, ich muss gleich um 14.30 Uhr weg. Wir haben gerade 10.11 Uhr. Ich kann jetzt zwar, ich könnte zwar mehr aufnehmen, mache ich aber jetzt gerade in dem Moment nicht. Äh, weil Baum. Krieg ich das kaputt? Da sind es doch hier auch nichts mit zum Hoch springen, oder? Ne. Ähm. Äh. Also, ich muss halt 14.30 Uhr weg. Und es ist einfach kompliziert zu erklären. Es ist... Wieso habe ich das jetzt eigentlich nicht geschafft? noch? Gibt es eine Karte? Ne, scheiße, ich habe schon wieder vergessen, ob es eine Karte gibt. Hä? Hier könnte ich höchstens durch, aber da komme ich ja noch nicht durch. Muss ich dafür eventuell... Nein, ich brauche Licht. Jetzt muss ich die töten, wa? Abfuck! Dass die schlaue Art ist, dieses Vieh zu töten, weiß ich nicht. Kein Sein, dass es es war, aber... Lass mich ja jetzt wohl natzen, alter. Ist ja hier eine Höhle. War ich da drin, ne? Ja. Da hatte ich noch meine Schätze vom letzten Mal. Aua! Oh, wir sind fast tot. Es ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn wir gleich tot sind. Und ich glaube nicht, dass ich... Da komme ich halt überall noch nicht durch. Ist natürlich doof. Ja, ich brauche Licht, halt die Schnau zu spielen. Warte mal. Äh, angreifen, Waffe wechseln. Es gibt auf jeden Fall andere Waffen. Äh, warte mal. Werkzeug wechseln ist weh. Ich habe keinen Teleporter. Das heißt, ich muss wirklich jetzt komplett nach oben. Bis zum nächsten Teleporter. Oh mein Gott. So, da sind wir oben. Mhm. Zack. Ganz viele Moneten. Okay. Oh Gott, dafür brauchen wir diese fetten Kugeln. Kaufen wir mal, ne? Was gibt es hier eigentlich nochmal? Ja, es ist schon angesehen, was auf der Kälte wettet ist. Ja. Habe ich. Äh, da komme ich überall noch nicht durch. Komme ich da irgendwie noch lang? Weil, äh... Ich kann ja generell hier noch die ganzen Erze raussammeln. Hier liegt ja auch noch was. Wisst du? Kann ich mir das Erz zum Beispiel noch gönnen? Zack. Ah, siehste. Da hat man hier... ...ganz andere Fläche. So. Habe ich schon mal viel mehr Erze rausgeholt. Oh. Oh. So. So können wir natürlich auch immer noch Erze raussammeln. Aua. Weißt du, war hier noch irgendwas drin, was man sammeln könnte? Weiß ich tatsächlich gar nicht, ob hier noch irgendwas drin war. Nicht. Doch. Lol. Ich habe es gerade gesehen. Okay, jetzt müssen wir definitiv Geld sammeln, damit wir, äh... ...die bessere Spitze gekauft werden. Das war jetzt nicht so geplant. Auf jeden Fall gibt es hier viele, viele Erze noch, die wir noch nicht gesammelt haben. Das wird nicht statt. Hier halt anklicken. Äh... Ach, Tab ist Inventar. Ja, das ist wesentlich wertvoller. Eigentlich wollte ich das auch so machen. Jede Etage... Also jetzt kann man es systematisch machen. Dass man es so macht. Dass jede Etage einfach... ...so einmal systematisch abgebuddelt wird. Bringt zwar natürlich in den Gebiet, wo ich das jetzt nicht gemacht habe, nicht mehr so viel. Kriegen wir da noch was raus? Okay, kein Platz mehr. Gehen wir mal nach oben. Haben wir einen Teleporter hier in der Nähe? Ja, der ist da oben. Interessant. Da wäre ich so gar nicht gerade reingekommen. Ja, okay. Da wäre für eine Sache kein Platz mehr. Schade. Ich dachte, ich kriege den kaputt. Das Cash haben wir ja hier auch gemacht, ne? Ja. Wenn wir hier so systematisch durchgehen. Ich wollte jetzt nach oben. Wir haben ja gleich schon in 15 Minuten zusammen. Heilige Scheiße. Lorda Fee. Komm her. Zack. Großtank. Plattenrüstung. Uh. Okay. Neue Sachen. Großtank. Was? maximale Wasser und Plattenrüstung gibt. Maximal gesund. Das ist jetzt natürlich sehr vorteilhaft. Aber ich würde gerne die hier mir erstmal holen. Wobei. Damit halte ich halt mehr aus. Also zusammen können wir das nicht holen, aber ich glaube, das ist sehr vorteil. Haben wir schon mal mehr Leben. Ah, wir können noch ein bisschen was sammeln. So ist es nicht. Wo renne ich schon wieder hin? Hier oben gibt es bestimmt halt auch Erzbeikon. Guck mal, wie wenig ich hier oben nur abgebaut habe. So, ganz einfach. Nein. Aha. Verdammt. Das ist jetzt so ärgerlich. Guck mal, als ob hier oben ist alles nur so genau hier. Guck mal. Jetzt habe ich mir wieder verzockt hier. Bin ja auch doof. Guck mal, als ob hier genau hier, als ob hier keine Erze drin gewesen wären. Das ist ja die Kacke. Wir können nicht nach oben. Bauen, beziehungsweise sie könnten schon. Überleitern. Alle. Ich glaube, hier oben gibt es halt auch nicht mehr so die Erze, ne? Ich muss mir das angewöhnen, jede zweite Ebene jetzt hier so zu machen. Das war natürlich jetzt dumm. Guck mal, jetzt habe ich auch das Erz, was ich da gerade verbaut habe. Ähm, aber wir sind aber bei 15 Minuten. Wir gehen jetzt gleich nochmal an die Oberfläche. Ich will hier nochmal einmal eben schnell durchrasen mit den Erzen. Dann gehen wir eben kurz schnell nach oben. Wir gehen zum Teleporter unten. Das ist schneller. Wir gehen aber hier rüber runter, weil hier noch Erze sind. Ha! Aber wir haben keinen Platz mehr dafür. Ja, moin. Ähm, wegwerfen. Das ist nämlich wertvoller. Und dann haben wir hier den Teleporter. Kommen wir auf wieder zu Dorothy und verkaufen. Hm. Dann können wir uns wahrscheinlich jetzt nichts mehr leisten, ne? Oder? Doch, wir konnten uns den Kursank leisten und... Zack und... Ich will den Rest kaufen wir Leitern. Damit danke ich mich herzlich fürs Zuschauen für diese Folge. Äh, auch wenn es jetzt nur eine kurze Folge war, auf 30 FPS sogar. Fällt mir gerade auf. Äh, und 720p. Ist jetzt doof gelaufen. Ich bin halt ein bisschen dumm. Und verpeilt. Aber naja. Haut rein, bis zum nächsten Mal und... Ciao!